Wenn du dich da jetzt selber siehst und sagst, wer ist der Typ da? Ich kann dir nur sagen, meine Freundin, meine besten Freundin, hatte an ihrer Kinderzimmertür einen Bravo-Starschnitt. Neun Teile gab's von dir. Wir haben lange daraufhin gespart und lange, wirklich, glaube mir, sehr lange, jeden Montag, glaube ich, waren wir am Kiosk und haben dich zusammengebaut. Also wir haben dich sehr geliebt, dass du das nur weißt. Also ich kann sehr viel mit diesem Mann anfangen. Life-Size. Die Jungs haben vorhin, als wir geprobt haben, haben sie dir zugehört und haben gesagt, also einige werden ja echt schlechter im Alter, aber dass du definitiv also die andere Richtung eingenommen hast. Also noch besser. Okay, I'm like a fine wine. Wer weiß, möchtest du vielleicht auf die Bühne mal gehen? Das ist übrigens unser Esszimmer da, wo die Band aufgebaut ist. Magst du dich da schon mal mit den Roughcats verbinden? I'm off. I'm gone. Thank you. See you later. Und Sie sich jetzt auf Nick und auf Wiegalt mit dem wunderbaren Titel, der da heißt Dancing Girls. Cool and lonely and tired and bored, Just like the day before. Missing out on life's reward. Of that you can be sure. Bring on the Dancing Girls. Take off the cold night and the sad day. Bring on the Dancing Girls. Take off the twilight Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017